Das Design des IBEX Ringratschengabelschlüssels bietet zwei unterschiedliche Profile, die die Funktionalität des Schraubenschlüssels erhöhen. Diese Profile sind IBEX und LIFE. Sofort immer eine hundertprozentige Positionierung des Schlüssels. Ringseite mit dem Unior-Schonprofil gerundet. Die Arbeit wird dreimal schneller erledigt als mit einem Standardschlüssel. Mit dem IBEX Ringratschengabelschlüssel sind auch schwer zugängliche Stellen leicht erreichbar. IBEX Ringratschengabelschlüssel – ein tadelloses Werkzeug für einfache und präzise Verwendung.